Hi Power Boys und Power Girls Willkommen zum zweiten Bitstin Podcast Wir haben lange nicht mehr von uns hören lassen deswegen wollten wir euch mal wieder einen kleinen Einblick gewähren in unser Treiben Wir sind jetzt fertig mit der Pre-Production und sind gewappnet für den Start der eigentlichen Aufnahmen, nämlich für die Drums nächste Woche Schönen schönen Fall Geht's los Die Platte wird dann vermutlich Anfang Oktober erscheinen Ja genau, wir haben extra die ganze letzte Woche miteinander verbracht, Tag und Nacht um uns auf der Studie vorzubereiten und ja, was wir da gemacht haben zu euch jetzt Schauen wir uns jetzt mal an Wilhelm Koch, was geht ab? Ja, die Pre-Production ist soweit vollendet Ich bin jetzt gerade noch am rausbouncen und ein bisschen abmischen Und wie geht's jetzt weiter? Nächste Woche geht's nach Schäbisch Hall Danach geht's nach Mannheim für die Gitarren und ja, die Vocals werden bei uns im Proberaum aufgenommen und das passiert auch noch irgendwann im August und ja, wir liegen bisher ganz gut im Zeitplan und hoffen, dass es auch so weitergeht Get the fuck over here zweit Vous Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020